Hallihalua Löhle! Zurück zu Firestone Idle Apegee! Weiter geht's! Ja, Moment, ich krieg das auf die Ohren. Kleinen Moment. Ah, komm. Da habt ihr. Ja, äh, wie ihr seht, ich hab ein paar Level gemacht. Ich bin jetzt 428. Hab auch Opus-Tisch irgendwie dessen wieder gemacht. Gebe ich bei Baum 7, aber das lässt man auch schon. Da müssen wir ein bisschen weitergekommen jetzt hier, immer schön Forschung machen. Ja, 11 könnt ihr ja auch, ne, bin jetzt schon fast den Zweig auf das Feld, muss ich auf 30 kommen. Dann ist nur noch das, ist der Zweig auch schon durch, aber dort noch ein bisschen. Ja, ich muss mal wählen, 438. Das läuft. So, machen wir eben hier alles. Das hier läuft. Noch 3 Stunden, 10 Minuten, bis neue kommen. Dann können wir die hier laufen lassen. Da dauert man einen kleinen Moment. Na, wann das ist alle oder die noch welche? Ah, einer ist noch. Einer ist nicht versteckt. Äh, das haben wir, glaub ich, alle. Ja, dann haben wir alles. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich bin 438. Level 428. Hab viel Spiele unterdessen gemacht. Ich hab auch alle, äh, Christen wieder öffnen, äh, öffnen lassen. Aber schon mal so viel. Ja. Einmal zwei Tage, zwei Tage, glaub ich, her. Egal. Äh, ich, ja, sonst, äh, sonst, äh, sonst ist es ruhig nichts Neues. Ich bin 40.000. Ich bin 148.000, wie ihr möchtet. Ich will alles genau nachlesen. Jetzt nutze ich das Video an. Da ist ja kein Problem. Äh, da haben wir, äh, Daily haben wir schon gemacht. Ach, genau, Taverna. Wissen hab ich noch. Ach, war alles weg jetzt. Alles weg. Wird nicht noch Feuer. Dann haben wir das nächste Artefakt. Ah, gucken, halt. Drückt die Daumen. 30 Versuche haben wir. Ich ruie nämlich auch gerne mit, wegen der Forschung. Na ja, der Rest, na ja. Da wäre gerade Feuer gewesen. Na, wo bleibt da? Komm. Feuer. Ach, wieder falsch. Mann, 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 Mann. Wir geben Feuer. Ah, zwei Schlüssel. Drei Schlüssel. Oh, oh, oh. Immerhin. Drei Schlüssel. Aber, glaube ich, zu wenig. Ich glaube, es ist 19 oder so. Kann das sein? 22. Ach, ich will wieder was verzaubern. Äh. 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 Was haben wir hier? Forschung. Da. Fergerstone-Forschung. Weiß so ein Effekt? Äh. Äh. Das. Auch nicht so gut. Na, die Forschung wieder hier, ne? Alchemie. Alchemie. Hauptattribute. Das ist ein bisschen Gold, ja. Wäre auch nicht schlicht, aber ne. Das wäre besser. Ja. Alle Attribute. Gesundheit. Schadensspezialisierung. Burschung. Ja. Hab ich da macht auch, ja. Äh. Äh. Mach ich vielleicht 25? Ja, mach ich 25. Äh. Egal. Mach man das denn erst. Dauert noch ein bisschen drüber. Noch drei Schlüssel, was? Schon hin. Heute natürlich nicht mehr, ne? Ist klar. Äh. Den hab ich auch fast auf 35. Mach ich die drei noch auf 35. Und dann mal sehen. Wahrscheinlich wieder hier irgendwas. Da so ein bisschen. Bin jetzt auf 66. Also dort dauert noch ein bisschen bis 70. Muss hier machen. Das heißt, den ein. Die drei noch. Bin auch schon immer fast auf 70. Passt. Aber dauert noch ein bisschen. Und das ist jetzt glaube ich nichts Neues. Die haben wir ab kurze Spitzsacken, ne? Vorräte. Ach komm wieder drei. Was soll der Geiz? So. Ach so. Wir trüeten haben ja bekommen. Das heißt hier die Forschung. Können wir da machen? Ja. Wunderbar. Goldeinnahme wieder ein bisschen erhöht. Ich kann mal gucken. Hab ich jetzt verletzt? Ach. Ja, ich glaub sowieso. Ist wieder was Neues. Kommt noch drei Stunden. Nicht laufen lassen. Hab ich jetzt das Prestige gemacht. Mal gucken gucken. Für sechs Tage. Ach wisst ihr was. Mal Lust drauf. Mal Prestige. Hab noch 129. Also jetzt noch 128. Üppisches Prestige. Üppisches Prestige. Das ist immer wieder ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, das Geräusch. Ne. So. Dann machen wir die schon mal hoch. So. Mach mir ein bisschen höher. Und da. Peter 1,240. Oh. Also über die Hälfte. Über die Hälfte habe ich schon wieder. Ja. Ich hab mir ein bisschen laufen lassen. Geht jetzt ungefähr bis 2000er-Bereich. Glaube ich 2400 oder so. Oder 3000 sogar. Ja, ne. Kann man jetzt laufen lassen. Aber jetzt wieder, jetzt weiß ich nicht, zwei Stunden oder so. Dann, äh. nicht wieder auf dem selben Level wie vorher auch. Mit dem Unterschied bekomm jetzt auch noch hier XP. Was mich fehlt, ist hier der Balken. XP-Balken gefällt mir noch so ein bisschen. Da wäre mir nicht schlecht gewesen. Dass man genau sehen, wie weit man ungefähr entfernt jetzt vom nächsten Level oder so, wäre natürlich noch besser gewesen. Aber man kann nicht alles haben, ne. Ach, da kommt's ja noch. Wer weiß. Vielleicht kommt's noch. Sonst hat sich nichts sowas getan. Alles beim alten sonst. Immer noch dieselbe Truppe wie eh und je. Die vier Mädels mit dem Kerl. Vier Engel für Charlie, wenn man sie möchte. Ja, nicht drei Engel, vier Engel für Charlie. Ja, mein Feuermagier heißt Charlie. Ja. Ist mein Ernst? Ja, wirklich? So. Muss ich wieder laufen lassen ohne Ende. Komm schon wieder neu. Verbessern hier. Oh. Muss ich ein bisschen. Vorher bei 44. Jetzt bin ich schon mal bei 31,7. Ja. So. 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 Sollts man eigentlich jede Woche am besten einmal machen. Wahrscheinlich so ungefähr das Beste was man machen könnte. Vielleicht auch machen sollte. Weiß ich nicht. Vielleicht wie bist ihr es ja. Schreibt's in den Kommentaren. Ja. Ich weiß nicht. Ich mach einfach ab und zu mal nur. Mach ich da wieder was ein bisschen und etwas. Sonst halt wie immer ne. Verbesserungen und daily und sowas ne. Sonst. Also hier wo es uns noch hinführt. Ja. Was haben wir ja auch soweit. Noch drei Stunden warten. Dann kommen wieder neue. Okay. Ich würde mich sagen. Das war's dann für heute. Und sehen wir uns nächste Woche. Zunächst in Folge von Fighters on Idol RPG. Bis dahin. Tschö. Tschö. Tschöön. blessing fun.